Heute zeige ich euch einen Weg, Angular-Komponenten zu nutzen, den der ein oder andere wahrscheinlich von euch nicht kennt und der viel zu wenig genutzt wird. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. In diesem Video geht es um Angular, was heißt, ihr solltet dieses Framework schon zumindest ein bisschen kennen. TypeScript, SAS und natürlich HTML sind dort inklusive. Prinzipiell geht es nämlich darum, Komponenten zu nutzen. Angular-Komponenten sind einfach die Bestandteile, aus denen mein Angular-Interface zusammengesetzt wird. Und ich möchte euch heute eine Version dieser Komponenten zeigen, die viel zu selten genutzt wird, aber die extrem mächtig ist und euch in eurem, vor allem in sehr großen Projekten, viel Zeit und Mühe spart, weil ihr ganz viel, sehr kleinteilig bauen könnt und wiederverwenden könnt. Und das Ganze möchte ich euch jetzt, wie gesagt, einfach mal demonstrieren. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Probleme, unten in der Videobeschreibung ist Discord verlinkt, join der Community, stellt Fragen, beantwortet Fragen, tauscht euch mit Gleichgesinnten aus. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, legen los und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Ihr seht hier eine Standard-Angular-Instanz. Hier habe ich nicht wirklich viel gemacht, außer eine Komponente anzulegen. Die nennt sich Article-Component. In der befindet sich eine H1 sowie einige P-Text, das, was ihr hier an der Seite seht. Ansonsten haben wir hier in unserer App-Components eigentlich nicht drin. Und auch sonst haben wir keine Logik hinterlegt. Also hier ist nicht mal irgendwelcher Style hinterlegt. Und heute geht es darum, wie wir, in Klammern, bessere oder ein besseres Design-Pattern erstellen für, in Klammern, reusable Angular-Components. Weil Angular-Components ist quasi das mächtigste Feature von Angular selbst. Und wir müssen diese richtig verwenden, um quasi, ja, einfach das Potenzial voll nutzen zu können. Aber was meine ich damit? Ganz häufig hat man hier zum Beispiel ja den Inhalt in irgendeiner Form, das ist eine Komponente. Und ich möchte jetzt hier so einen Sticky-Header haben. Und dazu brauche ich, oder da kommen auch viele ziemlich schnell drauf, dazu braucht man eine neue Komponente, weil den möchte ich ja überall anzeigen. Deswegen generiere ich mir hier einfach mal eine Header-Component. Und das erstellen wir uns hier einfach mal kurz. Zack, damit haben wir das Ganze auch schon erstellt. Hier haben wir jetzt unsere Header-Component. Und ich kann jetzt hier reingehen und sage App-Header. So, und natürlich müssen wir das da drüben auch noch importieren, damit das auch korrekt aussieht. Und in dem Moment habe ich hier meinen Header hinzugefügt. Und ich kann den jetzt überall verwenden. Wenn ich jetzt so etwas habe, wie so einen Sticky-Header, dann kann ich hier sagen, okay, ich möchte jetzt den Host gestalten. Und sage hier Position, sage hier Sticky, sage Top 0, Left 0, Right 0, sage hier Width 100%. Keine Ahnung, wir haben hier noch Padding, 15 Pixel. Und damit wir es sehen können, sagen wir hier mal Background Color Gray, speichern das Ganze ab. Und zack, haben wir hier unseren Header. Und wenn ich scrolle, bleibt er oben hängen. Was heißt, unsere Sticky-Logik bleibt hinterlegt. Das funktioniert also und kann man so auch wunderbar nutzen. Es ist auch nichts falsch daran, das so zu nutzen. Allerdings hat ja zum Beispiel unser Header meistens ja viel, viel mehr Logik, als jetzt nur so einen kleinen P-Tech hier anzuzeigen. Und diese Sticky-Logik, die hier drin steht mit CSS, funktioniert zwar neuen Browsern, aber wenn ihr ältere Browser unterstützen müsst oder das in Abhängigkeit von irgendwelchen anderen Geschichten machen müsst, ist diese Logik hier drin einfach noch zusätzlich zu der eigentlichen Header-Logik. Wie zum Beispiel das Handeln von Menü oder eines Menüs von Login und so weiter. Und Angular bezieht sich eigentlich darauf, Logik immer wieder verwendbar zu machen in Form von Reusable Components. Und um das zu erzielen, erzeugen wir uns jetzt eine weitere Component. Und wir sagen jetzt hier einfach eine neue Component und nennen das Sticky-Header. Ups, das müssen wir natürlich richtig schreiben. So, Sticky-Header ist eine ganz normale Component. Mehr machen wir hier gar nicht. Zack, hier drin ist unsere Sticky-Component. Könnten wir jetzt hier einfach lassen. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir gehen jetzt hier in unsere Template-URL und sagen jetzt hier, wollen wir nicht nur das haben, sondern hier wollen wir einen Header haben. Und das ist keine Template-URL, sondern das ist ein wirkliches Template. Also wir haben jetzt hier drin unsere ganz normale Template-Logik. Das sollten wir natürlich in Template-Strings machen, damit das Ganze auch umbrechbar ist. Und hier drin können wir jetzt jede Menge Sachen schreiben. In unserem Fall nutzen wir jetzt das wohl mächtigste Tool für Reusable Components, nämlich ng-content. Und das Ganze beenden wir hier drin, speichern das Ganze jetzt ab. Hier unsere Sticky-HTML brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir löschen, weil unsere gesamte Logik befindet sich jetzt hier in unserem Header. Und wir können jetzt in unserer App-Component hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere App-Sticky-Header. Und hier haben wir ng-content verwendet. Und was ng-content macht, ist, wir können jetzt hier drin einfach unseren Inhalt übergeben und haben jetzt hier unseren Sticky-Header definiert. Der ist jetzt hier oben drin. Und wir können jetzt hier reingehen und sagen, okay, das alles hier brauchen wir gar nicht mehr, sondern das löschen wir jetzt hier raus. Und gehen jetzt hier rein und sagen, Host, und definieren hier unseren Sticky-Header. Und jetzt haben wir unsere gesamte Logik für die Sticky-Header-Geschichte ausgelagert in eine neue Komponente. Wir können jetzt hier scrollen, das funktioniert alles genauso. Und in dem Moment habe ich hier die Logik in unserem Header deutlich minimiert, weil die Logik, dass der oben hängen bleibt, findet dort gar nicht mehr statt. Und wenn ich in anderen Bereichen vielleicht einen ganz anderen Header darstellen möchte, kann ich einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier nicht die App-Header-Component darstellen, sondern vielleicht einfach nur Hallo. Und in dem Moment hätte ich hier Hallo drin stehen, kann aber hier immer noch scrollen. Und diese Logik ist damit wiederverwendbar und ist einfach besser für das Angular-Design-Pattern. Diese Geschichte ist schon ganz praktisch, aber das wird noch viel deutlicher, wenn man sich andere Bausteine einer größeren Applikation anguckt, wie zum Beispiel P-Tags oder dynamische Farben, wenn er Nutzerfarben ändern kann. Und das gucken wir uns jetzt an. So, das zweite Beispiel für reusable Angular-Components bzw. die richtige Nutzung von ng-Content ist, wir haben hier wieder unseren Artikel und wir haben hier einen P-Tag. Dieser P-Tag ist vielleicht bei zwei Dutzend Anwendungen von euch immer identisch. Also ihr wollt überall in jeder Anwendung eurer Firma oder in eurem Projekt, in jeder Component denselben P-Tag haben. Und ihr habt auf diesem P-Tag Logik, also zum Beispiel so etwas, der Nutzer kann selbst sein Color-Theme definieren. Ihr habt einen Dark- und Light-Mode. Ihr habt beispielsweise die Möglichkeit, dass der Nutzer die Schriftgröße verändern kann. Solche Logik könntet ihr theoretisch überall über CSS einbinden. Das ist aber gar nicht so einfach, vor allem wenn ihr das über eine ganze Firma, also über vielleicht Dutzende von Projekten teilen wollt. Sondern ihr wollt, dass Schrift immer gleich definiert ist, sich immer gleich verhält und auch echt einfach zu nutzen ist. Also wenn ich sagen möchte, ich möchte jetzt Schrift in irgendeiner Komponente drin haben, dass ich einfach nur sagen muss, hey, das ist jetzt ein P-Tag und fertig und mehr muss ich gar nicht machen. Ich muss nichts einbinden in die Komponente. Ich muss keine Injection, also Dependency Injection betreiben, indem ich irgendwelche Logik aus einem Service einbinde, sondern das ist alles richtig. Ich muss in meinem Projekt nicht daran denken, irgendwelche SAS-Variablen zu definieren oder irgendwelche SAS-Imports in der Komponente zu haben, sondern ich muss wirklich einfach nur den P-Tag definieren. Das ist Schrift, fertig, set it. Und das wollen wir erzielen. Dafür brauchen wir eine neue Komponente. Diese Komponente nennen wir einfach P, weil noch leichter geht es nicht. Und in dem Moment haben wir hier jetzt unsere P-Component erzeugt. Hier können wir die HTML einfach rauslöschen, weil wir auch hier wieder keine Template-URL haben, sondern einen Template-String. Und hier haben wir einen P-Tag. Und dieser P-Tag hat natürlich auch wieder ng-Content. Und das Ganze können wir jetzt so abspeichern und können jetzt hier einfach unseren App-P-Tag nehmen und den hier reinschreiben. In dem Moment, wenn wir das getan haben, verändert sich hier nichts an der Optik. Wir können jetzt aber hier unseren P-Tag einfach gestalten und sagen zum Beispiel Font Size 20 Pixel, speichern das Ganze ab und zack, sehen wir hier, unser P-Tag hat jetzt einen Style, der über diese Komponente kommt. Und ich muss also hier in unserer Artikel, wenn ich diesen Tag verwende, nicht mehr darüber nachdenken. Ich muss nichts mehr machen, außer diesen P-Tag, also diesen Tag zu verwenden, wenn ich Schrift einbinden möchte. Aber wie gerade das Beispiel erwähnt, wir haben jetzt die Situation, dass der Nutzer die Schriftgröße dieses P-Tags frei anpassen soll. Also brauche ich hier in irgendeiner Form ein Binding von Style, in unserem Fall halt Font Size. Und sage jetzt hier zum Beispiel 20, 20 plus und dann sage ich hier Pixel. In dem Moment habe ich das jetzt hier dran gebeindet, kann das hier rauslöschen, weil das kommt jetzt ja über TypeScript. Und in dem Fall wird das trotzdem hier noch zu sehen sein. Also unser P-Tag wird jetzt schon gebeindet. Die Logik also, die Schriftgröße zu verändern, übernimmt diese Komponente schon wunderbar. Wir könnten jetzt hier drin jede Menge Sachen machen und die Schriftgröße, Font Size hier drin definieren. Und hier, dass wir das größer und kleiner machen können und sowas, das wollen wir nicht. Das ist meistens so, dass wir das aus anderen Komponenten nutzen wollen. Und das ist ein super Job für einen Angular Service. In unserem Fall ist dieser Service bezogen auf Font. Was heißt, wir sagen jetzt hier einfach mal Service und hier drin erstellen wir uns jetzt einen Font Service. Und in dem Moment haben wir hier einen Service, einen Font Service und können jetzt hier eine Variable gestalten. Und diese Variable heißt Public Font Size. Das ist einfach nur eine Number und standardmäßig definieren wir die mal mit 20. Jetzt kopiere ich mir hier Font Service, gehe in unseren P-Tag und wir sagen hier Public Font Service. Das können wir natürlich jetzt hier Font Service auch noch korrekt importieren, brauchen jetzt natürlich noch den Import und sagen hier Font Service. Und diese 20 ersetzen wir jetzt durch Font Service und hier Font Size. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment verändert sich hier nichts. Aber unsere Variable, also die Schriftgröße wird jetzt in einem Service gehandelt und wir können die überall verwenden. Wir haben jetzt hier drin zum Beispiel auch noch zwei Funktionen, make Font Bigger. Das gibt nicht zurück, also hat Void. Und wir haben zusätzlich noch eine zweite Funktion, die nennen wir make Font Smaller. So, und hier drin haben wir jetzt unsere Schrift, was heißt Sys.FontSize minus minus und hier sagen wir if Font Size, Sys.FontSize kleiner gleich 10, dann sagen wir Font Size, Sys.FontSize gleich 10. Das heißt, es soll niemals kleiner werden als 10. Und das Ganze können wir uns jetzt auch einmal kopieren, fügen das hier oben ein, sagen hier aber, wenn Font Size größer gleich 30 ist, dann soll es bei 30 bleiben und hier zählen wir immer einen drauf. Das Ganze lassen wir jetzt einfach mal so und gehen das, was wir hier auch gemacht haben mit unserem Konstruktor, das machen wir jetzt auch mal hier in der App Component, importieren hier ebenfalls unseren Font Service. Und dieser Font Service soll jetzt hier zwei Buttons haben. Einmal einen Button mit Minus Font und dann hier drunter noch einen Button mit Plus Font. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ein Click Event zu binden und dieses Click Event soll einfach unseren Font Service ansprechen und hier make Font Smaller. Also die Funktion, die wir gerade definiert haben, aufrufen. Das machen wir hier unten auch. Hier sagen wir aber statt Smaller Bigger. Und in dem Moment können wir das speichern. Wir haben jetzt hier oben zwei Buttons und ich kann jetzt hier die Schriftgröße kleiner und ich kann die Schriftgröße größer machen. Und ich muss in unserem Artikel mir über diese Funktionalität überhaupt keinen Kopf mehr machen. Ich kann überall einfach in meiner Anwendung wunderbar diesen P-Tag verwenden. Und die gesamte Logik zum Definieren der Schriftgrößen der Schriftoptik wird komplett geschlossen in dieser Komponente, in unserer P-Component quasi definiert. Und damit könnt ihr euch das Leben sehr, sehr viel leichter machen, wenn ihr wirklich dynamisch Inhalte definieren müsst, die ihr überall reusable bereitstellen wollt oder beispielsweise in einem Konzern oder unternehmensweiten Angular Package bereitstellen möchtet für andere Teams. Und so kann man sehr praktisch, sehr effizient Logik reusable machen, ohne viel Probleme damit zu haben. Das war's für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Aumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort jede Menge Social Netzwerke oder Amazon Affiliate oder andere Partnerseiten, wo ihr diesen Share unterstützen könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschau. Bis dahin, viel Spaß.